Hallihallo Hallöchen Leute Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot nach drei Wochen glaube ich zum Erwarten mit Pokémon und ich hoffe ich habe jetzt noch nicht einen Spielstand erwischt ja auch Pokémon Spielstände aber ja doch das müsste richtig sein Blut nein nicht in die Latte rein du übelster Trottel ey Prozent ich habe nämlich als wir kommen ja nicht weiter das ist das ist ja schon und das liebste ich habe einfach die Theorie gehabt ich mir in dieser Villa Evoli holen muss ich glaube ich muss von hinten rein so krieg ich die Leiter die Wurde holen muss um dann weiterzukommen also das ist jetzt nur so eine Theorie von mir keine Ahnung die klappt oder nicht ich versuche es einfach aus ich versuche es einfach aus es nicht nur für Deutsch Deutsch ist heute great so mal hier rein der dreht uns jetzt ein Evoli an ich weiß alles ja ich wohne da drunter ne nur 2 ja hallo ich kenne jedes Detail der Pokémon Welt in deinem Gameboy advance trifft dich mit Freunden Dorge-Pokémon du hast mich sehr war da wohl wenn er hält ein Evoli müsste ihn verlieben im ich froh mal was genau und von jörgern zu sehen hier haben und klar in den Vorblatt 10 aus dem gibt es liegen vm die erfordert nur noch da wir uns interessantes Pokémon lektüre spielen mit dem drahtlosen ab oder ein themengebiet muss uns nicht interessiert heute spieler im lato so nicht ob jetzt kommen wir weiter antrag herum habe ich dann niemanden sonst wird eine studierung stolzern und gucken wie was wo ist ich probiere es einfach aus wir haben jetzt auch warte mal vielleicht müssen wir über den fahrradweg probiere ich dann aus das macht mich das antraus wir haben jetzt auch m so erst mal hier zack ab nach als zu wissen die um dann die kacke da zu probieren die ist da hat diesen mützchen eigentlich umständlich nicht ja gut jetzt ich will da ganz schnell so zack 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 ich liebe ja wache wo ich bin so durch sich halt stopptet scheiße ok um zweite option die mir dazu eingeleuchtet ist das ist fahrradweg benutzen wieso ist hat wir auch noch warum ok offen habe ich noch mal ein bisschen einfache gekriegt bekommen ganz gut dass wir da jetzt haben wir kommen dann können wir jetzt aber den fahrradweg nutzen ganz sehr dank diese schon sind die kämmer vielleicht kommen wir da durch weiter hallo anders tut ich an ich bin wobei so ein bisschen wenn du mindest wenn du bist schon noch nicht ach ja komm labern wir kein rhein an mehrung oder 7 20 also poste rein sowas für uns sehen du schaust das fernrot sie ist das eingestellt man ja die die dort wird ein langer weg über das wasser ja den werden wir auch denke ich mal nie also auf auf genau wir sind auf dem fahrradweg und müssen erstmal kämpfen was willst von dir nichts eigentlich relaxo otfried scheiße ich hätte vielleicht noch mal das pokémon aber relaxo ist offensichtlich cool relaxo kann nur kopfen das ist scheiße bodyslam gewoll ja bitte so schlägt schlägt so schlägt 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 mit vorliegenden wagen da hhhhh so was um die Klinik meine Form er auf dem Bild und Energie und so ich glaube ich mache es wie es aus der Serie und nehmen meine Relaxe Oma als Geheimwaffe der Schilder ist stark und Friedrich stark zu sein also meine lieben Herren lass uns spielen Glatzkopf Manki da haben wir gleich solche Pokémon erwischt weil wir können es mit Konfessionen machen und tschüss Manki wird besiegt Shaloo nein und wir setzen wieder Konfessionen und tschüss kleine Ratte ey immer nicht so unfreundlich ja so ähm Route 16 das ist meine City zahlen jetzt ich fand trotzdem die 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 und bei der Klinik ist high ich hoffe du ein und ich bin voll auf die Nase gefallen ich muss ein wenig abnehmen dann würde ich mal mehr wach an um ja du musst abnehmen ganz schön da auch nicht blitz das und tschüss tschüss schuhe schuhe die die mehr schuld ist auch weg der breite bis 40 die das ist Team des Anwenders ist vor Statusproblem geschützt klingt interessant nutze ich das jetzt richtig ab bei die dort ich wollte sich doch bei die dort genau ach man ja so aber jetzt genau wurde 17 Mann die Fuchs schon mal die Profi Amel nein ok auch Mann vor allem wie wie schafft es Eis immer irgendwie mit Ben Kontakt aufzunehmen oder mit uns telepathische Kräfte und aussehen sitzt ein Schicksalverrat das ist gut ja es geht von Brat mag mag du kannst mit nichts also muss Ottfried ran und Ottfried body slam hier baby und Kopfnuss gleich rein und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss 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 also relax du ist echt schwarz pokémon ehrlich mal sagen Mist hast du gut ab äh das ist schön ein Hinweis gib niemals auf versuche dein Glück mit pokéband schwarz mit und die bergung der radweg endet oder 18 das betreten des radweges ist kein das ist die verhandlung ich suche nach entuch und du hast du es gegen schlurp schlurp du schaust aus das Köln dort drüben Leute Uli wie interessant Westen liegt alle Bastian vielen Dank lieber entwicklung so darf man lieb also ich muss sagen Leute Fuchs an Essien bringt uns nix muss noch saft und jetzt in die und wie komme ich dahin kriege ich auch den Server wenn ich aber habe schon wieder rauskriegt da nicht so oder 15 aber vielleicht musst du irgendwelchen bestimmten Eingang ich weiß es nicht es gibt doch mehrere Eingänge wie ist das was Orania City mach ich da zack nein raus da nein was führt denn alles nach Dings was man ist die und labern die ja und heute dazu die die morgen gehen das ich noch morgen geht und wird zu dem ja auch nicht durchgelassen scheiße ich verstehe es nicht warum das so ist ich hoffe das ist kein fach vom spiel ich will mich auch nicht durchlassen ich wollte mich auch nicht durchlassen ich muss doch einen Grund haben ich habe irgendwas vergessen ich habe mich auch nicht oh, hallo Maute ist zu süß oh süß, level 24 Wahnsinn. Das war... Zummer mal ganz mies. Okay. Das ist auch los genauso stark. Mal drei Hände. Und... Mioz! Was ist denn hier noch... Tunnelfahrt? Ja, das ist gut. Meine schuldigen Leistungen sind besser. Ach so, du warst den Trainer, den ich immer besiegt habe. Okay... Hier... Ach, verdammt! Ich habe... Schnell, das ist... Schnell, das ist... Schnell. Ich habe... Schnell, das ist... Schnell, das ist eine Schleife. Ich habe... Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Uhhhh, monade. kann man eigentlich noch ein Aktion ändern Texttempo, Animation, Kampfstil wieso ich will es ja nicht rumlatschen wie du brauchst du mensch ich muss noch so schön hier hab ich den ding ist noch nicht alles erledigt doch hab ich was meine CD hab ich alles erledigt das ist der einzige wo ich noch hin muss na und auf die Zinnungbo-Insel aber da kommen wir in dem Klapphaus hin ich bin Editorin ich bin spirituell nur ich bin bei der Zinnungbo-Insel ich bin mit dem Klapphaus ich habe jeder Deschores ich bin der Zinnungbo-Insel in der Zinnungbo-Insel ich binWhile ich bin der Zinnungbo-Insel ich bin der Zinnungbo-Insel ich bin der Zinnungbo-Insel Ich will nochmal... Keine Ahnung... Spiel... Und alles verlieren Oh yeah, wir haben 8 München, oh Mann. Wir haben 3 München, oh Mann. 1 München. Kommt! Wahnsinn! 100 Minzen! Jawoll, ja! Oh, geil! 100 Minzen gewonnen! Oah... Scheiße! Ich muss halt kein Muschas sein können... wir haben 100 müssen wollen ich guck mal was kaufen können 136 münchen habe ich kann mir noch nichts heißen 9999 münzen oder ich kann mir noch ein paar münzen auch nicht ich kann mir noch nicht ich kann mir noch nicht in deine Münzen da kommt eigentlich schon billig weg da muss ich die ganzen so jetzt haben wir noch 6 oder 6 minzen jetzt kann man ja bis ich muss kaufen wir könnten uns Apo und Pipi können wir uns kaufen jetzt haben möchtest du also aufhaben wenn er das aufhaben kommen wir wollen gerade eh nicht weiter das zog ich nur noch eine Weile wenn es für manche jetzt langweilig ist könnten wir da sieh ja sieh 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 Wo do I need? wie schnell es nicht geht okay äh fahren wir unser Story fort ey ich hab kein Glück mehr wir haben 100 Minzen gewonnen und okay ähm ja wie geht es jetzt weiter ähm gute Frage ach man Leute ich weiß nicht warum die mein mein Wasser nicht haben wollen eigentlich war es immer so dass die immer mehr Wasser dann haben wollen ich verstehe es nicht hab ich irgendwas vergessen irgendwas übersehen Alabastia Oxide City leider war er eben auch gut nicht hab ich irgendwas übersehen naja ist immer so nee komm weg verdrick rodrig Mö 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 Die Merle Mö 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 Das machen wir uns nicht einfach. nix interessantes Ich bin aus Afronia City, Mann. Ich glaube, er hat keinen Eingang. Was haben wir noch ein Bloodstab? Nö, freut mich nicht. Äh, Leute, ich glaube, ich werde mal einfach im Internet nachschauen, wie ich jetzt hier weiterverfahren soll. Also, äh, bis gleich. Und dann sind wir da. Jo, ich habe im Internet nachgeguckt. Und, äh, das ist total anders als bei den, äh, normalen Editionen. Bei den normalen Editionen, also rot, blau und gelb. Da war es ja so, wir sind einfach in diese schule Kaufhaus gegangen und haben uns so ein komisches, ähm, Getränk da geholt, Limonade, oder hast du nicht gesehen. Und das haben die dann noch angenommen, aber hier haben es die Entwickler so dämlich gemacht, dass man zu einer Oma hier gehen muss. Zu dieser Oma nehme ich. Sollte es dein ganzes Geld nichts für Getränke ausgeben. Versuch das hier. Tee erhalten. Ben Parktee in Basis-Seite. Gegen Durst ist nichts besser als heißer Tee. Das ist einfach am besten. Genau, ähm, mit diesem Tee müssen wir jetzt diesen Typista andrehen und, ja, dann können wir auch durch. Oh, total dämlich gemacht, aber von mir aus. Oh, die ist natürlich nicht so lecker. Hä, ich kann ihn haben? Wow, das ist nett, danke. Ähm, gluck, 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 schluck. Falls du nach Saffronia City möchtest, dann darfst du passieren. Ich teile die Tee mit den anderen Wächtern. Danke. Jetzt kommen wir auch endlich weiter. Jetzt sind wir auch endlich in Saffronia City, wo ich die ganze Zeit hinwollte. Äh, ich gehe noch mal ins Pokémon-Zimmer. Mal hier, zack, 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 und so. Jetzt kommen wir in der Zeit noch vorbei und tun wir erstmal ein neues Pokémon. Äh, ta-da-da-da-da, weg, 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 weg. In dieser Kampf-Arena. Hier brauchen wir einfach nur ein Pokémon, was irgendeine Psycho-Attacke kann, dann hat man hier keine Probleme, irgendwie gegen die Typische zu gewinnen. Und tschüss. Und... Nein, nicht weg, so. Ähm, Konfusion. Okay, weg ist es auch. Ne, weg ist es auch noch nicht, aber jetzt ist es auch. So ist er. Hö, Hö, Hö. Raza. Zwei, und weg. Der Kuh erhält, Schmort von, ich gebe auch, und tschüss. So, und nächster. Der uns erstmal doof zulabert. Und ich wollte Fentakel machen. Ich wollte das hier machen. Äh, Maschok, Homonee. Wenn's mal, äh, es war. Komm, geh weg. Weil, das ist mitbereit. Ein, 40, jetzt ist es mit unserer Stadt das Pokémon. Geile Sache. Ach, ja. Ach, ja. Nicht schlecht, das Raza.